Insolvenzverwalter und Amtsgericht Offenbach Zum Abbruch der Piemgold-Gläubiger Versammlung Wir haben vor kurzem ein Gespräch mit dem Insolvenzverwalter der Piemgold GmbH, Dr. Rinald Metuja, geführt. Es ging um den Abbruch der Gläubigerversammlung am 28. Februar, auf der direkt ein neuer Termin und Ort genannt wurde. Noch am gleichen Freitag hatten wir zudem dem Amtsgericht Offenbach als zuständiges Insolvenzgericht eine Presseanfrage zu diesem Vorgang übermittelt, dessen Antwort uns ebenfalls vorliegt. Dr. Metuja hat in unserem Gespräch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Planung und Durchführung der Gläubigerversammlung allein in der Verantwortung des Amtsgerichtes Offenbach lag. Er sei lediglich als zuständiger Insolvenzverwalter und redender Gast eingeladen gewesen. Das Amtsgericht wiederum verwies auf die vom Insolvenzverwalter erhaltenen Informationen. Diese hat im Vorfeld bei jedem einzelnen Gläubiger schriftlich nachgefragt, ob die Absicht besteht, zu der Gläubigerversammlung persönlich zu erscheinen, woraufhin 160 ihre Anwesenheit ankündigten. Die daraufhin angemietete Halle ist für 200 bis 300 Besucher ausgelegt. Anzeichen dafür, dass letzten Endes weit über 400 Gläubiger erscheinen werden, waren für das Insolvenzgericht nicht gegeben. Auf unsere Frage, wie denn so schnell ein neuer Veranstaltungsort genannt werden konnte, antwortete uns Dr. Metuja, dass man, nachdem man schon zu Beginn der Gläubigerversammlung erkannt habe, dass der Mariensaal nicht dem Ansturm genügen würde, direkt mit dem Betreiber der Stadthalle Langen in Verbindung trat. Das Insolvenzgericht bestätigte diese Aussage und ergänzte, dass für den Monat März in der Langener Stadthalle lediglich der 24. noch verfügbar gewesen sei, weshalb man sich auf diesen einigte. Dr. Metuja bestätigte auch, dass die erteilten Vollmachten zur Vertretung in der Gläubigerversammlung ihre Gültigkeit auf jeden Fall behalten würden, wenn dort nicht der 28. Februar 2020 eingetragen sei. Gleiches teilt uns das Insolvenzgericht aus Offenbach mit. Sollte das Datum explizit auf der Vollmacht genannt worden sein, wäre es eine Entscheidung des Insolvenzgerichtes, wie diese Vollmachten zu bewerten seien. Des Weiteren äußerten übereinstimmend der Insolvenzverwalter als auch das zuständige Offenbacher Amtsgericht, dass die Veranstaltung nicht aus taktischen Gründen in einem zu klein dimensionierten Saal angesetzt worden sei. Auf unsere Frage, ob das im Insolvenzgericht Folgen haben werde, antwortete Dr. Metuja mit einem klaren ein. Befragt haben wir den Insolvenzverwalter auch, was eigentlich passiert, wenn am 24. März 2020 die Gläubigerversammlung zum Beispiel wegen des Coronavirus erneut nicht stattfinden könne? Nun, dann wird wiederum ein neuer Termin angesetzt werden. Dass eine solche Gläubigerversammlung stattdessen im schriftlichen Verfahren durchgeführt werden könne, hält Dr. Metuja für nicht umsetzbar. Hierzu merkte das Insolvenzgericht überdies an, dass ein Anspruch von Gläubigern auf Verstattung von An- und Abreisekosten nicht gesetzlich vorgesehen ist. Für ihn, so der Insolvenzverwalter, bedeutet die verschobene Gläubigerversammlung nicht, dass er nun nicht arbeitsfähig wäre. Wir sind, so Metuja, voll handlungsfähig und handeln auch jeden Tag im Interesse der Gläubiger. Innerhalb der nächsten drei Wochen erwarte er zudem, Einsicht in die Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft zu bekommen, um dann wiederum entscheiden zu können, wen er von den Beschuldigten in Regress nehmen könnte. Hierzu will er in Abstimmung mit dem Gläubiger-Ausschuss eine Großkanzlei beauftragen. Untertitelung des ZDF, 2020